Und damit herzlich willkommen zum nächsten Parts Let's Talk Fragen Info-Videos. Ich habe mal wieder zwei Sachen anzusprechen und ich muss sagen, beide sind da relativ wichtig. Und fangen wir mal mit einem geplanten Projekt an. Ich habe ja erzählt, dass ich vorhabe nach Professor Leighton und das Vermächtnis von das Land das nächste Spiel aus dieser Serie auszuwählen, und zwar Professor Leighton und die Schatulle der Pandora. Nun ist es aber so, das hatte ich ganz vergessen, es kommt ja bald eine Art neues Leighton-Spiel raus. Das hatte ich eigentlich gar nicht mehr am Kopf, weil wir haben ja gerade fast das letzte Spiel dieser Serie zumindest durchgespielt, aber ich habe das Crossover ja vergessen, und zwar Professor Leighton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Das Spiel kommt bald raus und ich habe auch vor, das zu kaufen. Die Frage ist, ob ich das dann sofort als klein würde. Das ist die große Frage. Und die stelle ich euch jetzt. Was würdet ihr lieber sehen? Professor Leighton und die Schatulle der Pandora oder Professor Leighton vs. Phoenix Wright Ace Attorney? Ich bin persönlich sehr gespannt auf Phoenix Wright. Und ja, ich hoffe, das wird ein super Spiel. Ich meine, es sind ja Professor Leighton-Inhalte drin, aber auch von Phoenix Wright. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, es gab gerade eine kleine Unterbrechung, weil das Telefon geklingelt hat. Kommen wir zurück und zwar zum Spiel Phoenix Wright. Ich kenne zwar diesen Charakter schon, aber ich habe bis jetzt noch nie so ein Spiel in der Art gespielt. Und umso gespannter bin ich natürlich auf dieses Crossover. Ich werde es mir auf jeden Fall besorgen. Nur, wie schon erzählt, schreibt mir, was ihr lieber sehen wollt. Das eine oder das andere. Aber gut, kommen wir zur letzten Info, was einige von euch erfreuen wird. Es wird einen Mario Kart Wii Termin geben. Und zwar diesen Sonntag am 23.03.2014. Geplant sind zwei Grand Prix's. Und eine Sache noch, ich habe es erwähnt. Ich spiele hier auf meiner Wii U und nicht auf meiner Wii. Das heißt, ich habe ein neues Profil und somit auch einen neuen Freundescode. Diesen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch ab jetzt sofort auf meiner Kanalseite stetig. Da hat sich jetzt geändert, offiziell. Das heißt, ihr schreibt mir bis Sonntag, bis zum Termin. Ach ja, da wird übrigens, jetzt habe ich auf Facebook auch noch angeschrieben. Meine Güte, was ist hier heute los? Der Termin findet so gegen 16 Uhr statt. Alles klar? Oder sagen wir 16.30 Uhr. Nee, 16.30 Uhr. Um 16.30 Uhr am 23.03. findet dieser Termin statt. So, unten ist der Freundescode. Und ihr schreibt mir bitte unten in die Kommentare, hier unter diesem Video, euren Freundescode. Dann kann ich euch registrieren. Ich bin gespannt, wie viele das sein werden. So, dann werden wir erstmal sehen. Also, der Termin ist gesetzt, geplant. Und alle, die hier unten reinschreiben, die werde ich dann auch hoffentlich am Sonntag erwarten können. Schreibt doch dazu, ob ihr dann kommen könnt. Oder ob ihr auch nur einfach so diesen Code geschrieben habt. Also, wir sehen uns dann morgen wieder. Und sonst, für alle Mario Kartui Leute, endlich mal wieder am Sonntag. Und ich denke mal, die zwei Parts, die werde ich dann einfach willkürlich neben den anderen Parts, die ich hochlade, veröffentlichen. Das heißt, an dem Tag oder an dem Tag mal drei Videos. Wieso auch nicht. Dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.